Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder entscheidest. Zu einer weiteren Ausgabe der ÖPNV News hier heute am Sonntag. Letzte Woche hat's der Dennis übernommen, heute bin ich mal wieder dran und dementsprechend, ja, wirklich viele Themen hab ich nicht, aber ein, zwei sind's dennoch und die möchte ich euch hier nicht vorenthalten. Und dementsprechend würde ich sagen, beginnen wir mit den ÖPNV News jetzt und direkt. Beginnen wir heute mit The Buzz und hier gab's natürlich eine Neuankündigung. Die Linie 100 ist jetzt also demnächst erhältlich. Schon bald wird das virtuelle Berlin in The Buzz Early Access um die Linie 100 erweitert. Freut euch auf die bekannte Sightseeing Route mitsamt der Siegessäule, dem Schloss Bellevue, dem Reichstagsgebäude und den nordischen Botschaften, so heißt es aktuell auf Steam. Aber nicht nur das, es gab auch ein neues Update und zwar jetzt in der Version 1.1.0 der Early Access Version und mit dem Update kommt jetzt also auch die Kompatibilität zum Steam Deck. Dementsprechend das Tutorial, was ich dazu veröffentlicht habe, ist also dementsprechend jetzt egal. Es ist jetzt nur von Anfang an dementsprechend verfügbar. Also solltet ihr das Steam Deck haben, könnt ihr The Buzz jetzt spielen. Müssen wir uns mal angucken, vielleicht haben sie das Ganze ja auch mit dem Tunnel gefixt. Jedenfalls sind neue Varianten des Scania City Whites enthalten und es gab weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen in dem neuesten Update. Also falls euch The Buzz interessiert, solltet ihr eventuell euch das Ganze mal angucken. Aber ihr solltet euch auch demnächst das neueste Video hier bei uns auf dem Kanal jetzt angucken, was jetzt die Woche erscheint. Kommen wir zur Omzi 2 und hier gab es diese Woche einen großen Aufruf, einen großen Hype und zwar geht es hier um die Mercedes-Benz C2 Familie. Das Ganze nicht von Harley Con oder sonst irgendwas, sondern das Ganze wurde von MX200 Design angekündigt. Man hat natürlich hier schon einige Bilder veröffentlicht auf der ganzen Website von der Omzi Webdisk und man sieht hier die ganzen Bilder jetzt hier aktuell in dem Ausschnitt. Aktuelle Bauzeit ist nicht mehr allzu lang, steht hier drin und man hat natürlich einen haufenweise Varianten geplant. Unter anderem den C2E5EN und GN, den C2E6EN und GN altes Dashboard Step 2, der C2E6EN 2 und 3 Türer, GN 3 und 4 Türer, der C2K, C2LE altes Dashboard Step 2, den C2LE, LEÜ, LEMÜ, den C2 Capacity und Capacity L, den C2BVB.net und Hartmann, C2K von BVB, BVG, C2, 12 Meter und 18 Meter, alle Lieferserien, BVG Leasing 1 und 2 und C2Ü und GÜ. Oh, die Liste ist lang. Wir haben euch die Webseite unten natürlich verlinkt, da könnt ihr euch das Ganze selber mal angucken. Die Bilder sehen aber auf jeden Fall schon sehr vielversprechend aus. Aber es gibt nicht nur Bilder, auch der YouTuber Iaya hat dazu bereits ein Preview-Video da schon erstellt und hochgeladen. Das könnt ihr euch ebenfalls angucken. Wenn ich es nicht vergesse, packe ich euch die Links unten in der Videobeschreibung mit rein. Schaut es da mal rein, falls euch das Ganze interessiert. Auf jeden Fall ist es ein Angriff auf die C2-Stadtbus-Familie, die ja als DEC irgendwann mal rauskommen soll. Das ist jetzt hier eine Frage. Aktuell ist noch nicht bekannt, ob das Ganze kostenlos sein wird oder ob das Ganze vielleicht ja auch ein Add-On wird. Was nicht neu ist, dass in OmziWebdisk auch kostenpflichtige Pay-Way-Add-Uns angekündigt werden. Von daher hat man sich hier dazu noch nicht geäußert. Der eine oder andere weiß aber bestimmt schon Bescheid. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, ob das Ganze passiert. Denn zuletzt hat der MX-200-Design das VDL-Projekt ja veröffentlicht gehabt. Mit den Worten, ich werde nie wieder ein Projekt erstellen, weil das Ganze ja dann illegal im Internet erschienen ist. Obwohl der Bus noch gar nicht fertig war, war natürlich die Lust raus gewesen. Und dass er sich jetzt hier zurückmeldet mit dem Paket, hoffen wir nur. Das ist diesmal nicht in falschen Händen gerät und das schon vorab irgendwo im Internet verteilt wird. Wir drücken hier ganz fest die Daumen, weil eine C2-Stadtbus-Familie wäre schon extrem schön. Denn wie seht ihr das Ganze denn? Freut ihr euch hier, wenn ihr diese Bilder gerade seht auf die C2-Stadtbus-Familie? Oder seid ihr jetzt eher noch nicht so angetan und wartet immer auf das offizielle Add-On? Dann nutzt doch gerne die Kommentarfunktion und schreibt es so einfach unten mit rein. Aber es gibt doch diesmal was für Lotus, denn Lotus hat ein neues Workshop-Item bekommen. Und das könnt ihr euch ab sofort kostenlos herunterladen. In diesem Projekt haben wir uns dem Urvater der Stadtbahnbetriebs in Nordrhein-Westfalen angenommen. Anfang der 70er Jahre begann die Realisierung einer durchgängigen Stadtbahnverbindung zwischen Köln und Bonn. Hier sollte im innenstädtischen Bereich die Tunnel der Straßenbahn und städteverbindenden Verkehr die Gleisanlagen der Kölner Bonner Eisenbahn nutzen. Aus diesem Gedanken entstammt die Entwicklung der Stadtbahnwagen Typ B, welche ab 1973 mit drei Prototypen ausgeliefert wurde. Bis 2002 wurden ca. 470 B-Wagen gebaut. Diese Umsetzung in Lotto stellt die erste bis dritte Serie der B-Wagen dar, welche alle in den 70er Jahren ausgeliefert wurden. Im Fokus stehen dabei die Serienbeschaffung aus Köln und Bonn. Auch wenn die Wagen ohne große Veränderungen auch heute noch im Einsatz sind, haben wir auch uns die Mühe gegeben, verschiedene Zustände des Fahrzeugs darzustellen. Ebenfalls ist ein fiktiver Arbeitswagen enthalten, welcher einfach nebenbei aus einer Laune heraus entstanden ist. So, es gibt noch einen wichtigen Hinweis. Bei Anfragen jeglicher Art, nutzt bitte das Lotus Forum. So heißt es offiziell jetzt von Steam und das Ganze wurde erstellt von Pandemist. So dementsprechend, falls euch das Ganze interessiert, könnt ihr euch das jetzt sofort instant runterladen. Ohne Mehrkosten könnt ihr das Ganze hier testen und einfach mal fahren. Ich denke, wir werden uns da auch nochmal ransetzen und werden uns mal dieses neue Fahrzeug dementsprechend mal anschauen. Was haltet ihr davon? Freut ihr euch drauf? Oder ist es wieder mal so ein Stück, was ihr wieder total langweilig findet? Nutzt da gerne die Kommentarfunktion und schreibt es am besten unten mit rein. Und ja, wir schauen uns das auf jeden Fall mal an und dann lassen wir es euch wissen, wie gut das ist. Tja, und damit sind wir dann auch schon am Ende der News angekommen. Es ist nichts los. Es ist Wahnsinn. Ja, von Dramsen hört man so gut wie erstmal nichts mehr. Die C2-Stadtbus-Familie und Harlikon und so. Naja, Thüringer Wald hätte ich mich drüber gefreut, wenn da mal irgendwie noch kleine Informationen zum Release gekommen wären. Aber wir müssen warten, warten, warten. Wir wissen ja auch nicht mehr als ihr. Und dementsprechend freue ich mich natürlich auf die nächste Ausgabe der ÖPNV News. Nächsten Sonntag, wenn ihr wieder wollt, schaltet wieder mit ein. Würde ich mich freuen. Und wenn euch die ganze News gefallen hat, dann sowieso am besten einen Like da lassen. Da freuen wir uns. Und dann wissen wir auch, dass unsere Arbeit hier gut ankommt. Dementsprechend sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Bis dann. Danke fürs Zugucken. Schönen Sonntag noch. Und ja, bis denn. Schönen Sonntag noch.